Hallo Freunde! Es geht weiter mit Sleeping Dogs! Wow wow wow! Verdammt! Es sind zu viele! Hab ihn! Auf, auf, auf! Hat sonst noch einer Fragen? Was soll ich tun? Auf, auf! Ach, der fährt! Ich weiß, wer dich ausschalten muss. Es ist nur nicht ganz gut, dass ich den hier auch ausschalten muss. Okay. Wow! Oh! Nicht mit uns! Da kommt noch mehr! Ah, wieso bin ich ausgestiegen? Das war jetzt schön. Einfach mal aussteigen. Das ist mir hier zu gefährlich. Nee du, das ist mir zu unruhig. Da mach ich nicht mit. Mit S lehnen sie sich aus dem Fenster. Wieso mit S? Mit S geschieht hier gar nichts. Haha! Jetzt machen die sich gegenseitig schon platt, oder was? BÄM! Das macht Spaß Drückt drauf, verdammt, die kommen Ich habe aber, glaube ich, unendlich Munition, kann das sein Weil ich hier ständig wieder Patronen zugeschoben bekomme Bin mal schön auf die Reifen Hab ich gemerkt, dann fliegen die automatisch weg Ich muss gar nicht auf die Leute ballern Bring die Reifen zum Platzen War's das? Ne, da kommt noch mehr Da kommt noch einiges mehr Oh man, die Mission macht mir sowas von Spaß, das glaubt ihr gar nicht Weg mit euch Einfach draufhalten Bam Okay, das lief sehr gut Äh, ganz ruhig Alles klar Den schnapp ich mir Mich angreifen in meinem eigenen Laden Das gibt Ärger, Freund Das gibt Ärger Okay, hier geht's weiter Bleib still, du Hund Boah, der kann laufen, Mensch Jetzt bleib doch einfach stehen Du kannst bitte hier kommen Ich krieg dich ja doch 15 Meter, der Der wird langsam Schneller Also Der hat einen größeren Vorsprung langsam Hab ich gemerkt Ah, das kriegen wir schon noch gebacken Lol Okay Jetzt gibt's aufs Maul Oder auch nicht Vielleicht, ja, nein Was ist denn hier los Hallo Ja, Leute Wir scheinen ein kleines Problem zu haben Was immer es ist Wir sehen uns nachher wieder Dann werden wir mal versuchen Das nochmal zu machen Ich hoffe, diesmal kriegen wir es hin Ohne, dass das hier geschieht Ne Wir sehen uns So, da bin ich wieder Wir sind wieder hier Hinter dem Kerl her Und ich hoffe, diesmal Wird's auch klapp gehen Das war jetzt schon das zweite Mal Glaube ich Dass das Spiel Einfach so hängen blieb Nicht sehr schön Nicht sehr schön Ah, das ist auch nicht sehr schön Bleib stehen, du Lump Ich krieg dich ja doch Ah, ich krieg dich schon noch Drüber jetzt Keine Angst, ich verliere den Sack schon nicht Bams Okay, jetzt hat's geklappt Ah, der geht ran Mein lieber Scholli I'm gonna break your face You liar You're out of state button Bams Immer schön nachtreten Und Krawamp Feierabend Dem haben wir es gezeigt Aber richtig Oh oh Ah, ich würd den ja gerne entkommen Aber der klettert hier Lieber wieder irgendwo hoch Niemals Lass mich in Ruhe Wer ist das? Oh, okay Broken nose, Zhang My apologies, Madame Redpole Huh, wer ist das? Immer mehr bekannte Gesichter So, warum hast du mich hier rausgebracht? Ich habe viel über dich, Wei Shen Ha, ich werde zum Punkt kommen Du musst wissen, dass du nicht gegen Big Smile Lee stehen kannst Das ist, was mich alle sagt Roland Ho sagte, ich brauche andere Bossen, die mich unterstützen Ich glaube, ich glaube, in harmonie Balance Peace Und ich würde mich nicht spilen, ein bisschen Blut zu erreichen Mit Uncle Po in der Krankenhäuser Da ist viel Verzweig In der Sonne Wenn er erhebendet Wir werden beide stabil und stark Aber wenn er erhebendet 18k erhebendet Eine sehr reale Wir können nicht Wir werden nicht Wir werden Wir werden Wir brauchen einen neuen Präsidenten, schnell zu wählen. Du, zum Beispiel. Ah, Big Smile Lee repräsentiert einen Schritt zurück für die San On-Yi. Warum fortschreiten Frauen in Prostitution und Pornografie, wenn es andere, weniger Archaic und mehr profitierende, um Geld zu machen? Ich habe sehr unterschiedliche Ideen über unsere Zukunft. Ich möchte die San On-Yi zurücknehmen. Aber es wäre unartig, auch für mich, zu stehen gegen Big Smile Lee unabhängig. Das bringt mich zu Ihnen. Wir haben beide den gleichen Problemen, Weishen, und die Möglichkeit, die Vorteile, wenn wir zusammenarbeiten. So es scheint. Ich habe meine eigenen Grunde, für die Operation von Big Smile Lee. Wenn du gegen ihn bist, kannst du auf mich sein. Gut. Wir werden bald sprechen. Wir gehen. Weishen. Alles klar. Wir haben Verbündete. Nein, bin ich mächtig. Yeah, Mission abgeschlossen. Uh, Triadenstufe. Was haben wir denn jetzt hier Schickes? Nahkampfresistenz. Hatten wir das schon? Nee. Kontererholung. Wer erholt sich nach einem gescheiterten Konter schneller? Und hier oben hätten wir Überraschungswechsel. Verlieren Sie... Nee. Visieren Sie einen Gegner an und drücken Sie Space, um hinter ihn zu gelangen. Hm, das klingt nutzlos. Ich mache Kontererholung. Zack. Jacky, irgendein Wichser namens Ness zockt mich im Top Glamour ab. Brauche Hilfe. So, so. Kannst aber lange warten, dass ich dir helfen. Komm, hier hast du dir selber einen geprockt. Ich bin erstmal im Auto. Hallo. So, was nehme ich denn? Uh, Motorrad. Das hätte ich aber gerne in einer anderen Farbe. Sieht man nicht viel von der Farbe, wenn das so weit hinten steht. Aber es ist schwarz, das ist in Ordnung. So, wir schauen uns nochmal hier hinten um. Wir hätten da unten noch eine Gefälligkeitsmission. Sichere Lieferung. Da müssen wir aber weit, weit für fahren, du. Holy moly. Also, ich denke, das werden wir dann erst beim nächsten Mal machen. Es dauert ja eine Weile, bis wir ankommen, aber wir können schon mal losfahren. Da sind wir beim nächsten Mal gleich vor Ort. Das regt mich auf, dieses GPS in diesem Spiel. Das schickt mich ständig über andere Wege. Wir müssen sich echt mal entscheiden, wo lange ich jetzt fahren soll. How观 Hauptsache ist, wir kommen irgendwann mal an. Mit Elani die Kurve hier. Uhm... Noch 1800 Meter. Das dauert ja ewig, bis wir da sind. Hallo, Lieferwagen. Ach, was soll's? Ab in den Gegenverkehr. Der Tod macht den Tag doch erst lebenswert. Hallo. So, unsere Ausfahrt lässt sich noch eine Weile auf sich warten. Ach so, wir sind erst unter dem Stadtteil hier. Alles klar. Gott. Hä, was machst du hier? Du weißt schon, dass du hier gar nicht reinfahren darfst. Ah. Lol. Da wär ich doch fast wohin geflogen. Yeah. La, la, la. Das ist eigentlich ganz easy hier. Miau. Huuu. Wuhu. Au. Müssen wir hier raus? Ne, ich glaub, wir müssen noch weiterfahren. Wir müssen erst da hinten raus. Wir haben noch einen Kilometer vor uns. Ganz ruhig, Peter. Nicht so stürmisch die Ausfahrt nutzen wollen. Nett, nett. Warum rupt ihr so? Ihr seid nur neidisch, weil ich schneller bin als ihr. Gebt zu. Hallo. Uh, da war ein Polizeiauto. Zum Glück bin ich gar nicht reingefahren, wie ich es eigentlich vorhatte. Ah, hallo. Noch 500 Meter, sprach der Peter. Okay, unsere Ausfahrt. Macht euch bereit zum Ausfahren. Warten, 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 warten und abspringen. Bam. Das sah doch mal schön aus. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal schnappen wir uns dann diese Mission hier. Bis dahin. Macht's gut. Euer Lord Peter. Hub mich nicht an, du Schwein.